ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox hier im sonnigen Leipzig mit Josef Fausen. Bist du bereit? Ich bin bereit, auf jeden Fall. Dann lass uns starten. So, Josef, zeig mir doch mal deinen Lieblingstrick. Deinen Lieblingstrick, wenn du ihn hast. Ich hab keinen Lieblingstrick, aber ich kann dir was zeigen. Okay, auch gut. Boah. Oh, nicht schlecht. So. Dann lass uns jetzt die richtige Challenge machen. Unsere Challenge ist ein ganz normales Torschießen. Wir haben diese Targets in den Ecken. Und die zählen drei. Und wir stellen uns immer ins Tor. Und ein normales Tor zählt eins. Willst du anfangen, oder willst du erstes Tor? Ich stell mir erstes Tor dann. Was machst du für eine Schulstechnik? Curve? Curve. Curve. Ja, das ist eigentlich sicherer, ne? Das ist kein Problem. Ich hab da mehr Angst vor deinem Schuss. Auf geht's. Ja, auch Auge. Auf geht's. Auge, ne? Das ist entspannt. Aber jetzt hat er eingestellt, das Spiel. Den muss ich halten, ne? Ja, aber in die Ecken sind's schwer. Du hättest ihn gehalten, ne? Ich hab alles im Blick. Ah! Wollt er mich verarschen. Du warst schon auf dem Weg da hinten. Im Gedanken war ich schon da. Boah! So, ist Aufwärmen vorbei? Aufwärmen ist vorbei. Okay. Gut. Bist du ein Torwart? Was? Bist du ein guter Torwart? Guter Torwart? Ich war eigentlich nie ein Torwart. Sehr gut. Ich bin halt groß. Ja, ich bin halt nicht so groß. Ich kann mich schon was abfangen, glaube ich. Ah, weiter, warte. Ich muss was anderes einfallen lassen jetzt, ey. Ist nichts. Nein! Den musst du zum Beispiel halten. Und mit Handschuhen sogar. Das ist der Platz, den bin ich nicht gewohnt. Der ist zu gut. Ah! Du musst nur retten, oder? Ja! Das waren fast zwei Punkte. Warum haben wir die Ziele eigentlich da hingehängt? Ja! Einen hab ich, oder? Noch einen? Ne! Der will dich immer so sicher machen. So unten. Am besten noch mit Aufsetzer, ne? Ja, genau. Die sind die Besten. Wieder hier mit null Punkten raus. Das ist natürlich auch gar nichts. Muss das natürlich oben getroffen bleiben. So. Oh, da fangst du jetzt ganz hoch rein. Und jetzt da oben. Okay. Gut. So. Der muss noch mehr nach unten gehen. Am Ende. Kann auch näher rangehen, wenn du willst. Nach was? Der ist einfach ein Tier im Tor. Was soll ich denn machen? Hier. Er ist halt kein Keeper, der Mann. Der ist einfach. Nee. Nee. Mit Gewalt geht's auch nicht. Darf ich mal von hier außen ziehen? Na klar. Wenn das deine Position ist, dann musst du dir doch was zeigen. Ah! Ah! War ich noch dran? Habe ich hingelenkt? Habe ich hingelenkt? Das ist weg schon. Ein Punkt oder seiner? Klarer Sieg für dich? Einfach zu stark im Tor. Ich glaube auch, das war die Torwart-Qualität. Früher Torwart gewesen, ne? So, wir gehen jetzt noch zur Kickbox. Zehn Versuche hast du. So. Einfach zack. First Drive. Danke. Einfach. Guck mal. Zack. Hast du dich an? Jetzt nur noch die Richtung. Genau. Wie beim Torschuss. Die ersten kurz mal. Erst mal links, rechts. Links, rechts vorbei und dann. Dann ist es wieder rechts vorbei. Dann hat es zu wenig justiert. Kann man für dich ein bisschen verrücken, ne? Das heißt, du denkst, der kommt jetzt lieber nach vorne in die Kante. Okay, das ist eine andere. Guck mal. Aber der wäre auch so nicht rein. Da ist er drauf. Wie viel? Fünf? Sechste, glaube ich, war das. Ist auf jeden Fall unter den Top Ten. Das war's auf dem Platz. Klarer Sieg für dich. Ich hoffe, ich habe an der Konsole in der Revanche mehr Chance. Auf jeden Fall. Mal gucken, wie gut du bist. Vielen Dank. Jetzt noch an euch. Abonniert den Kanal Kicktbox und auf Instagram die Kicktbox. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.